Hallo Leute, ich befinde mich gerade in einem League of Legends Let's Play. Das ist allerdings mein erst Let's Play. Und ja, wenn ihr sieht, habe ich auch keine guten Grafiken. Und ja, ich spiele mit Fiora auf der Solo Top, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob die anderen Ja oder Nein gesagt haben. Allerdings warten wir auf Timo schon. Seit 5 Minuten. Keine Ahnung. Vielleicht hat die Probleme mit LOL. Es kann sein, dass wir nur hier beide sind. Ich und Jax. Aber egal. Die Q, ich sag mal die X-Kids. Die Q springt auf einen Gegner drauf. Man kann sie zweimal einsetzen. Ähm, ja. Die W pariert einen Schlag. Und der nächste ist 10, ist plus 10 magischen Schaden. Die E enthält, äh, die Fiora hält dann 3 Sekunden lang Angriffstempo. Und die Ulti ist ganz cool. Du aktivierst sie, du drückst auf einen Gegner drauf. Und dann, ja, Fiora... Der Fiora springt halt 5 mal auf den Gegner drauf, ohne und... Die können... Also ja, die können mich eigentlich nicht treffen. Ich mach die Ulti 5 mal drauf. Und die können mich diese 5 mal nicht treffen. Ich wundere mich gerade, wo meine Teamplayer sind. Ach so, jetzt kommt Jax. Ja, jetzt kommt Jax. Jetzt kann das Spiel beginnen. Jetzt kommt Jax. Ja, jetzt kommt Jax. Ich wundere mich, wo Timo bleibt, aber egal, ich gehe mal auf der Top-Lay, wie gesagt, ich spiele jetzt Solo-Top wahrscheinlich, wenn Timo nicht kommt, ich werde wahrscheinlich mit See, der kommt ja auch mit See, also ich habe 45 Schaden, er hat nur 66, ich versuche es mal, schon ziemlich gut und das Blöde ist, dass die Queue einer der coolsten Queues ist, aber das ist halt, die hat man, die hat man halt jede 16 Sekunden, ich finde das ist zu viel, man sollte sich eigentlich Gedanken machen, wieso es zu viel ist, aber egal, 16 Sekunden lang ist schon ziemlich viel, wahrscheinlich ist da der, fürs Blatt, ich weiß nicht, wieso Jax da aufgehört hat, ich sag mal SS und der Nasus kommt auf mich drauf. Das nervt, weil ich weiß nicht wieso, aber man kann in einem Game für bestimmte Zeit nur fünf, äh, Dings, nur fünf Nachrichten schreiben. Es ist mir eigentlich egal, aber wenn er halt, wenn er halt schreibt, wieso ich kein SS gesagt habe, da kann ich ja nichts, da kann ich nichts antworten, also da muss ich mir was gut überlegen, damit er mich dann auch glaubt. Vielleicht hat er auch das selbe Problem, ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben, alle, alle Spieler haben das beide jetzt. Ich weiß nicht, jetzt hat er auch kein SS geschrieben, jetzt sind beide, alle drei top. der muss palmsots LOCK das mystery so, der muss da weg, der muss da weg. Dillton 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 Färstblatt so will ich so will ich so will ich 3 Lallana Lala den Tenden 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 also folgt habe ich noch ein Game gemacht und Oro die Maler hinten wenn ich in dem Markt nicht und mit der auf mich drauf kommen nicht bringe ich lieber nicht drauf aber komm er muss es doch schaffen schön jetzt noch die Ehe aktivieren ach die Ehe Junge oder ob es dich gleich ich geh ihm mal helfen ja oder was soll halt wir führen bei Level ich bin 4 der S4 die anderen haben 3 4 und ja die haben 2 4er 3er 2 1 3er ich weiß es ist besser als wir als uns vor der Panik kann ich kein Deutsch mehr ich weiß nicht wieso ich hab nur 7 Farms der Jacks hat 8 wahrscheinlich ne der 10 wow gut und Timo ist wieder weg schön was für Items hat er sich gekauft oh die 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 ihr könnt gleich die 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 ich glaube sehr versteckt sich irgendwo ach so da ist er ich gehe mal schnell hier das Ziel zu das hier nehmen jetzt kommt wahrscheinlich Seh zu mir ob ich weiß nicht ob ich es richtig sehe also ich nehme mal den Altar und ich gehe mal den Bot oder kommt schon der Nasus ich gehe mal hier drauf und ich gehe jetzt weg weil vielleicht kommt Seh noch das macht er auch oh er schreibt jetzt Assess habe ich gerade gesehen aber egal er hat schon Ulti ich habe echt keine Ahnung was die Ulti macht ich will nur dass ich jetzt auch meine Ulti kriege wie gesagt ist sie ziemlich geil die können mich nicht treffen jetzt gleich ist es soweit noch ein noch ein Basal ja jetzt ist es soweit jetzt kann ich vielleicht drauf gehen jetzt da war die Ulti und das war das zweite 2 0 für mich jetzt kommt Lasus und Garen auch noch oh mein Gott und ich glaube der hat SS gesagt aber egal komm den hast du das ist doch unglaublich oh mein Gott von 3 ach egal ach egal ich habe mit dem falschen Dings da wo es da angefangen ich habe auch egal jetzt kann ich keine Nachrichten mehr schreien also ich habe 2 1 Jax hat auch 1 2 1 Jax hat halt halt 1 1 ihr habt hier die Ulti gesehen die war ziemlich geil und ich freue mich weil sie sehen ich glaube die sind nicht so stark wie wir also ich habe eigentlich meine Mana Dings meine Mana äh Runen bei all dass auf ey 2 1 ja letzte Sekunde ist die Ulti in Eure noch gekommen und das nennt man hier Glück gehabt weil sonst glaube ich hätte ich den Double Kill nicht geschafft und Jacks ist auch nicht so schlecht der hat 130 Schaden Garen hat 103 also ja ich glaube das ist ein Easy Game auch ohne Fizz ohne Fizz auch Dippen ich weiß nicht was Timo macht hab ich Fizz gerade gesagt ach egal ich glaub ich hab Fizz gesagt ich wollte Timo sagen Entschuldigung wenn ich Fizz gesagt hab Fizz ist mein zweitliebligen Spieler nach Fiora und Darius aber den will ich nicht spielen weil dann alle mich Newbe nennen und so ein Scheiß das ich gehe hier mal helfen ja ich hätte ich wollte dass er für mich rauf springt egal ich geh an Bord len ich muss aber aufpassen ich gehe hier oh Timo ist wieder da oh ja toll Timo Timo take farm Timo ich kann kein Timo ab in zwölf Minuten kann ich wieder um ein Gott Timo 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 Timo